Herzlich willkommen zu unserer Serie rund ums Thema Immobilien, präsentiert von inbayernwohnen.de, Bayerns größtem Immobilienportal. Heute bei mir zu Gast Herr Steffen Hirsch aus dem Team Versicherungen der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. Hallo. Hallo. Thema Haftpflicht, ganz wichtig. Ist denn für mich als Bauherr eine Bauherrenhaftpflichtversicherung sinnvoll? Definitiv, weil Sie als Bauherr bzw. als Baufrau haften für sämtliche Schäden, die auf der Baustelle geschehen. Das betrifft zum Beispiel Unfälle auf der Baustelle, das betrifft zum Beispiel Nicht-Einhaltung von Bauvorschriften usw. Wenn ich jetzt eine private Haftpflicht habe, würde die auch greifen? Bei einem Neubau von einem Ein- oder Zweifamilienhaus definitiv nicht. Da brauchen Sie eine Bauherrenhaftpflicht. Wenn Sie aber eine bestehende Immobilie umbauen wollen, Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, dann brauchen Sie zum Beispiel eine, dann reicht die private Haftpflichtversicherung. Da würde ich aber Rücksprache halten, auch nochmal mit dem Unternehmen, mit dem Versicherungsvertreter, ob es abgedeckt ist. Wenn Sie den Charakter der Immobilie verändern, zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus, ein gewerblicher Immobilie, dann brauchen Sie definitiv eine Bauherrenhaftpflicht. Was wären denn so typische Schäden, die abgedeckt werden? Naja, einer der typischen Schäden ist zum Beispiel das Kind, was in die Baugrube fällt. Und hier ist es wichtig, dass wir nicht nur das Schild an dem Bauzaun machen, was wir ja alle kennen, sondern dass die Baustelle wirklich abgesichert ist, damit ich nicht haftbar gemacht werden kann. Ein weiterer Fall ist auch bekannt, dass es der Kran, der schlecht gesichert bei starkem Wind umfällt und ein fremdes Auto beschädigt. Vielen Dank, Herr Hirsch. Gerne. Das war es auch wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Das war es auch wieder.